So meine lieben Zuschauer, bevor das Video dann jetzt losgeht, wollte ich mal noch darauf hinweisen, dass ich jetzt bei World of Nürn, dort poste ich eigentlich, weil ich jetzt auch die App geholt habe, auch jetzt so täglich etwas. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich euch da vielleicht auch mal sehen würde. Also ich weiß noch gar nicht, wie das hier so funktioniert mit den Followern, ob ich das hier auch sehen kann, bei Twitter oder nicht. Auf jeden Fall könnt ihr mir da folgen und ja, so zu sehen. Do you shit at all? Darauf so ein bisschen eingehen, denn ja, wie viele es vermutet haben, es kam ja keine Videos mehr von Nico, denn der ist jetzt aus dem Team Mobile Gaming TV raus. Also bin ich alleine jetzt in dem Team erstmal. Ich werde mal gucken, ob ich vielleicht noch ein Kumpel an die Reihe kriege, aber es sieht jetzt wie das Ganze nach aus, als ob ich jetzt alleine hier auf dem Channel sitzen bleibe. Das ist für mich eine Sache, die gestern sehr schlimm war und ich auch sehr, sehr schade finde, denn wir haben zusammen mal den Kanal gegründet, wie halt vielleicht die Anfangsabonnenten wissen müssen. Und das Ding war dann halt, ähm, und heute auf morgen kam halt keine Videos mehr vorliegen, ne? Und er hat halt gesagt, yo, ich habe keine Zeit mehr dafür und ich kann natürlich nicht sagen, yo, mach trotzdem Videos, denn dann wäre es ja nicht mehr auch Spaß. Und, ähm, was steht er hier an erster Stelle und aus dem Grund habe ich es einfach bejaht und es akzeptiert, ähm, ich finde es trotzdem sehr, sehr schlimm. Für mich jetzt auch, weil jetzt hängt die ganze Arbeit nur an mir noch dran. Es wird natürlich weiter CSGO und alles kommen, das ist ja von klar. Ähm, es wird sich auch hier auf dem Kanal weitgehend nichts ändern, außer dass halt vielleicht Videos ein bisschen reduziert werden, weil ich ja jetzt ja auch noch im Privatleben logischerweise zu, äh, bewältigen habe. Ähm, vorher konnte ich das so ein bisschen managen, da habe ich was aufgenommen, da habe ich gesagt, jo, morgen, morgen hebst du dann was auf und, ja, jetzt, äh, ist das halt nicht mehr da. Ähm, und, ja, der ist 21, wir wollen mal wieder von dem Thema weg, das macht mich sonst ganz traurig. Ähm, und, ja, bin nicht mehr übrigens in einer Fraktion, kann leider nicht mehr rein, wolle mich nicht mehr. Von dem sie alle sprechen will, dass die seine... Kann ich jetzt nichts machen, aber, naja. So, Level 21, wir haben viele neue Sachen dazu bekommen, ich habe gestern ein bisschen geerntet und, ja, dann war ich ganz schnell Level up, das, äh, da habe ich mich auf jeden Fall so, sehr, sehr gefreut. Ähm, jetzt Level 21 bin, ähm, kann ich auch ein Bild auf Twitter gepostet, dort bin ich im Moment sehr aktiv. Ähm, wie halt jetzt auch demnächst auf World of Nerds, das musste ich das sogar noch posten. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht, weil es ist eine neue Plattform. Ähm, und, ja, ansonsten, ähm, was, wir pflanzen jetzt erstmal wieder neue Karotten an, momentan bin ich vor dem Karottentrip hier anzupflanzen, super sowas. Wollen wir noch viel verkaufen und das brauchen viele Leute irgendwie momentan, das ist sehr krass. Ähm, und, ja, dem Geld, das läuft dann auch von mir, ich will mal gucken, wenn wir jetzt hier alles gleich bauen, wie viel denn davon jetzt noch übrig bleibt, vielleicht reicht das noch gar nicht. Man weiß ja nie, also auf jeden Fall, ähm, drei neue Felder, da reicht das, wer doch im Fall für. Die Luma, die ich drühe mal hier hin und so. Die Luma bleibt da, die Luma nicht super. Dann fällt mir auch das echt überklasse. Also, das kann ich gar nicht ändern, oder was? Warte, hier habe ich auch alles kreuz und quer platziert, weil ich da gar nicht wusste. Alleine Fröchen, wir brauchen nicht. Katzenhütte. 500, äh, das war nicht. Ich nehme noch wieder hin, die Hütte. Katzenhütte brauchen ja auch so ein halbes Jahrhundert, sodass ich die hab. Ist auch so eine Hasenhütte ohne Witz, hier ist die Hasenstufen. Ja, dann habe ich nämlich auch, aber das ist für meine Hasen. Also, da ist ein großer Eingang nur, aber ansonsten ist es ja nichts anderes, ne? Ähm, okay, haben wir dann auch alles, was geht mit den Tieren denn ab. Hund und Katze. Fäten denn da jetzt eigentlich nur für die Katze? Alles. Ähm. Für den Hund da sollte mir eigentlich nicht mehr allzu viel fehlen. Nö, tut's auch nicht. Ähm. Haus. Äh, haben wir denn ein tolles, besseres Haus? Tortenofen. Ich mag Torten. Lass mal bauen. Der kommt nämlich dann... Ja, hier sieht's schön aus. So, jetzt haben wir noch 18.000. Und haben das ganze neue Dings schon gebaut. Ist krass, aber, äh, doch, freut mich sehr. So, äh, ich bin zu faul, momentan die Werbung zu gucken, aus dem Mann haben wir jetzt auch keine Diamanten. Oder, wie heißt es? Genau, Diamanten. Und, ähm, ja, weil ich keine Fraktion gerade hab, sag ich jetzt mal, ist natürlich jetzt gerade das Problem, dass, äh, ich auch keine Hilfe bekomme bei den Bäumen reparieren. Deswegen bleiben die auch noch stehen. Ich werd mal gucken, ob ich da noch irgendwie reinkomme in meine Fraktion, weil die waren echt nice. Ähm, dass ich da jetzt natürlich nicht mehr reinkomme. Lag natürlich daran, dass ich hier, äh, Base-Reviews machen wollte. Das aber dann nur bei einer Folge geklappt hat. Ähm, und seitdem hat sich dann keiner mehr gemeldet. Ähm, und... So, das, äh, hat sich dann so ergeben, dass, wenn ich jetzt wieder meine Fraktion umgehe, ich natürlich dann dazu keine Base-Reviews mehr machen werde. Ist ganz klar. Aber, ähm, kann ich ja dann nicht ändern, weil wenn ich da jetzt wieder rausgehe, um ein Base-Reviews zu machen. Ich hab nächstes Mal gesagt, ich komm zu mir mal rein. Und, da geh ich schon einfach nicht mal raus. Und dann haben wir das Problem geregelt. Ähm, und, ja, auf jeden Fall, wo kann ich denn jetzt mal hier einen Kuchen machen? Also diesen, einen Kuchen da machen, hier, ne? So, ähm, so. Nimm mal einen Kuchen davon. Dann ist die eine Quest, die auf jeden Fall schon mal sehr fertig. Cool. Hör die Schule. Ähm, Butter. Dann machen wir mal einmal Butter. Ähm, Butter, Butter, Butter. Nein, hier ist Butter. Hier ist Butter? Butter? Butter. Ach, ich kann jetzt übrigens auch diese Hosen machen. Manchmal kriegt die eine von. Die sollen sehr viel wert sein. Ähm, Butter? Butter. Logisch. Ist ja Milch, ne? Äh. Ja, momentan hab ich auch meine Tiere gar nicht aktiv. Das ist mir jetzt aber auch erst gerade aufgefallen. Das ist schon länger nicht mehr aktiv. Was, das Bild, ey? Okay, das auch gekauft. Das auch. Nice. Gleich doch, Karotten gehen hart, ey. Es geht nicht super. Ähm. Ähm. So. Haben wir. Die Komplikationen. Nee, eigentlich nicht. Jo, zwölf Brot, alter, das ist übertrieben. Ähm. Burger und Keks. Okay, den Keks haben wir auch. Und Burger. Da fehlt jetzt zwei Brot für. Ähm. Brot. Hier noch. Gut, dann haben wir das. Ich pflanze gleich auch mal Weizen an nach der Folge. Ähm. Aber gut, ne? Dass die Folge nicht so lang wird, will ich mich auch schon verabschieden. Äh. Bisschen erst über acht Minuten wegen diesem Anfang. Ähm. Wegen World of Nerds. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut auf dem Fall bei Weizen Nerds. Auch auf Facebook. Dazu kommt auch noch ein Video. Und. Ja. Dann bis zum nächsten Video von Mobile Gaming TV. Ich bin raus. Ciao.